Heute erkläre ich euch, wie man am besten Edelstahltöpfe reinigen kann. Oxalsäure oder auch Etandiesäure genannt, ist eine pflanzliche Säure, die tatsächlich Kalk und Rost entfernen kann. Dieses gilt bei Sammlern von militärischen Waffen als auch Geheimmittel zum Reinigen von diesen. Auch bei Liebhabern von Oldtimern ist diese sehr beliebt, um Teile zu entrosten. Da in Spinat ein hoher Anteil von Oxalsäure vorhanden ist, ist die Pflanze ideal, um zum Beispiel Kochtöpfe wieder zum Glänzen zu bringen. Aber auch andere Edelstahlteile kann man damit problemlos reinigen. Den Spinat einfach im Topf aufkochen und anschließend mit dem Spinatwasser den Kochtopf putzen. Die Flecken werden weg sein und der Topf wird fast wie neu strahlen. Probiert es einfach aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Ich würde mich auch über ein Like freuen, mit dem Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, wenn dies noch nicht geschehen ist.